Normalerweise liefern wir mit Transportern aus und in dem speziellen Fall ist es so, dass wir auf Lastenfahrräder setzen. Die Motivation an dem Projekt Commodo teilzunehmen ist definitiv die emissionsfreie Zustellung. Darauf zahlt dieses Projekt komplett ein. Unser Ziel ist es, 1 zu 1 nach Möglichkeiten Zustellfahrzeug zu ersetzen und genau das werden wir hier ausprobieren.